Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Dopingverdacht. Chinesische Schwimmer ungestraft. Erhöhte Dopingverdachtsmomente im chinesischen Sport. In jüngster Zeit gibt es zunehmende Anzeichen eines Massendoping-Geschehens innerhalb der chinesischen Sportwelt. Laut mehrerer unabhängiger Berichte und Quellen sind Sportler in verschiedenen Disziplinen in das Visier von Doping-Ermittlern geraten, eins. Eine Flut von positiven Doping-Befunden zieht Kreise durch das Land. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf dem Leichtathletik und Schwimmsport II. Die Informationen kommen von verschiedenen Seiten. Eingeweihte Personen, die anonym bleiben möchten, Zeugenaussagen ehemaliger Athleten und auch offizielle Angaben untermauern den Verdacht. Die Ausmaße dieses mutmaßlichen Massendopings sind noch nicht abschließend geklärt. Sowohl die Anzahl der betroffenen Athleten als auch die genauen Substanzen, die zur Leistungssteigerung verwendet wurden, sind Gegenstand aktueller Ermittlungen vier. Diese Entwicklung kann sowohl für die chinesische Sportwelt als auch für die internationale Gemeinschaft schwerwiegende Folgen haben. China, das sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Doping-Vorwürfen konfrontiert sah, steht nun erneut unter kritischer Beobachtung 5. Die Bekämpfung des Dopings ist eine zentrale Säule des fairen Sports und des Respekts unter Athleten. Wenn sich die aktuellen Anschuldigungen gegen China bewahrheiten sollten, könnte dies das Vertrauen in den internationalen Sport nachhaltig erschüttern und zu einer Neubewertung der Leistungen chinesischer Athleten führen, SIGS. Die Untersuchungen zum Massendoping in China sind noch nicht abgeschlossen. Sportler, Betreuer und auch Entscheidungsträger warten auf eine endgültige Klärung der Vorwürfe. Doch eines ist klar. Die Vorwürfe wiegen schwer und wirken sich negativ auf das Bild des chinesischen Sports im internationalen Kontext aus 7. Quellenverzeichnis 1. Nach Berichten anonymer Quellen und 22 und daher nach Untersuchungen von Doping-Experten, basierend auf Zeugenaussagen von ehemaligen Athleten und offiziellen Angaben. 4. Nach Angaben von Doping-Ermittlern 5. Basierend auf Berichten zu früheren Doping-Vorwürfen 2021 6. Basierend auf Meinungen von Sportkommentatoren 7. Basierend auf Stellungnahmen von Sport- und Sportorganisationen Autor Anita Farke Datum Samstag, April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.